Ich habe heute das Brusttraining von der Legende Markus Rühel, The German Beast, gemacht und der Typ hat mich einfach komplett auseinander genommen. Zieht euch mal diese Milchtüten rein, die Brust ist so groß wie mein ganzer Körper. Er beginnt einfach schon hardcore mit 10 Sätzen Schrägbandrücken bis zum Maximum und wenn das nicht schon genug war, geht es direkt weiter mit Flachbandrücken, mit Kurzhanteln, auch jeweils 10 Sätze. Ich war eigentlich schon nach der ersten Übung K.O., aber dann kamen nochmal 4 Sätze Kurzhantelfleiß und weil das Ganze ja noch nicht genug war, gab es nochmal die Fleiß von oben nach unten. Absolut Killer. Ich werde meine Brust die nächsten 3 Wochen nicht mehr spüren können, also schreibt mir in den Kommentaren, welches Training ich als nächstes machen soll.